Als Schauspieler, meine Filme sind gerade hier bestens gelaufen und ich möchte mich auch sehr viel bedanken bei den Medienvertretern, die mich immer so nett hier gehandelt haben. Obwohl die Kritik, die nicht immer so schön und gut war, aber sie haben mich dann gehandelt. Ich hoffe, es war gar nichts dabei. Nicht dabei! Am nächsten Mal im Traum hätte ich jemals gedacht, dass ich irgendwann einmal das kultonische Kulteure nach Deutschland zurückkommen würde. Und jetzt bin ich hier als Kulteure und bin sehr glücklich. Ich freue mich schon auf das deutsche Bier, das deutsche Essen. So, danke Deutschland! Und ich wünsche mich oftmals sehr herzlich bei uns als Kanzlerin Jochen für die nette Gastfreundschaft bedanken. Ich komme immer wieder gerne hier zurück. I'll be back! Hasta la vista, baby! Vielen Dank! Applaus 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 Vielen Dank.